So, einen wunderschönen guten Tag hier aus Dubai. Ich bin mit Ramon Alcantara hier und ich wollte euch einfach nur ganz kurze Zwischeninfo geben zu der derzeitigen Payment Situation, also mit den Bitcoins, mit den Auszahlungen. Viele haben sich da schon Sorgen gemacht, ob das jetzt noch kommt oder nicht kommt und ich kann euch beruhigen und erklären, dass in den nächsten Stunden eigentlich alles bezahlt wird. Aber ich möchte, dass Ramon selbst nochmal in seinen Worten euch erklärt, warum es diese Verzögerung gab und bis wann alles bezahlt wird. Und bei der Zeit, die meisten Teil unserer Payments, die Payout, ist mit den Bitcoins. Und in der letzten Woche, wir hatten die Limit der Payment Platform. So in this case, I came to Dubai and we made some agreements and some meetings with some companies, especially the Bitcoins, to buy Bitcoins without limits. We made these transactions, we know about that, I have a lot of meetings and we made a lot of transactions here and we finished this price yesterday night, like at midnight and a half. Ok, I translate that into this. So, wie gesagt, viele wissen ja, dass aufgrund der verschiedenen Herausforderungen mit den Zahlungsprozessoren Evo Binary derzeit nur mit Bitcoins auszahlt und die sind ja letzte Woche einfach an die Limits gestoßen, wo die Bitcoins kaufen konnten. Es gab einfach keine Bitcoins mehr und die konnten auch mehr nicht kaufen. Und diese Woche, gerade hier in Dubai, ich habe das selbst gesehen, hat sich Ramon mit ein paar Leuten oder mit ein paar Firmen getroffen, die Bitcoins verkaufen bzw. mit Bitcoins arbeiten, Bitcoin-Spezialisten sind und haben ein Agreement gemacht, dass sie limitlos Bitcoins kaufen können. Und jetzt wurde eine riesige Summe an Bitcoins gekauft, gestern, yesterday you bought? Ja, yesterday night we finished all the buy, transferred to our wallet. Und in this morning, 3 a.m. Lisbon time, we start the run, the program to make the payments. Yes, to make the payments. Usually, to pay all the clients to make withdraw a week, this program needs to 4 days, to 96 hours to run. Um, part of our clients already receive We don't have any many orders car toשלzoltz SMS